Was, wir sind Einkäufer? Angreifer, schonmal. Wir sind einkaufende An- Ankäufer. Quatsch, ich hab' dabei. Commander Online? Wer ist'n Commander bei uns? Ach! Mensch! Welcher Squad seid ihr? Da ist Floopy Squad. Tiny Commander, ja. Ich werde dich jetzt befördern, Floopy. Wie du wirst dich befördern? Ich kann irgendwas mit dir machen gleich Doch, ach du kannst mit mir reden auch Ach, du gibst mir irgendwas Hi Irgendwas lädt da, oder? Hilfe Ich weiß nicht, was ich mit dir gemacht habe Was machst du mit mir? Weiß nicht Nein, ich bin tot Nein, bist du nicht Doch Danke Ey, kaum bin ich mit euch mit, als Kommandantin kriege ich Punkte Ja, weil du in unserem Squad bist Ich habe den Squad befördert Schnelle Regeneration, geil Oh cool Shit, ich bin down Und ich gebe euch Dauerdrohne Diese Regeneration, das ist wirklich schnell Ich würde gerne spawnen, Tiny, danke? Ja, mach doch Okay, ich komme zu Kenn ich nicht Okay, haben wir Kann ich nicht auch irgendwas anfordern von dir? Nee Oh fuck Oh Oh, nice Ich kann euch höchstens in so ein Pack geben, Munition und so Okay, ich würde schon wieder tun Kannst du auch die Leute umbringen, die bei mir sind? Nein Das wäre schön Jetzt alle auf einem Fleck, man, ich sehe gar nichts mehr Ja, wir sind unten Nein Ich befehle euch das anzugreifen Alter, der kommt runtergesprungen und ich Wer ist tot? Als das ist ich Danke Ich bin nur noch am Wiederbeleben und Leute umbringen hier Ich charge Cover mich Das war lustig Ja, ich glaube schon Ja, hier unten ist schon geil irgendwie, voll chillig finde ich Warte auf weiterer Warte, jetzt muss man Er kriegt jetzt ne Ladung Ähm, grenzwertig Komm, lass uns mal so unbemerkt wie möglich hier rein irgendwie Wenn es geht Oh, Warnung Hohe, Fern... Ach cool Das wusste ich nicht Das kann ich dir sagen Ich hab mich grad selbst draufgebracht Ich kann dich warnen, wo Gegner sind Ich meine, dass Selbstmords wiederbelebt werden können Das war doch sonst auch nicht möglich Ich hab sie Okay, gut Sind down Keine Ahnung, wie war das noch? Ja, ich hab einen noch, aber bin down Nein, auch schon wieder von den gleichen Da, 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 da Wir müssen danach werden zu wenig drin, sind Surfer wechseln Ich hab Glück Wie jetzt? Sie sind 1440? Panzer Ja, ihr Müffel alle Ich geh zur Bombe Okay, ich bin tot bei der Bombe Ja Wie in Kampf gefallen Oh mein Gott Ja, ja, das Haus stürzt gerade ein Das sieht lustig aus, wie wir da jetzt Oh, ich, oh, ich hab noch Oh, ich hab einen epileptischen Wie können wir den SA einnehmen, wenn das Haus eingestürzt ist? Das ist trotzdem noch tot Tiny, mach mal irgendwas sinnvolles Ein Luftschlag oder sowas Ich hab nix Schlag doch mal in die Luft Das geht bloß bei Shanghai Oder? Ich weiß nicht, ich hab hier nix mehr Ah, da ist Flupy, ich werf dir was runter Pass auf Bam Der Sache Ich bin zwar fast tot, aber fast schon Wo ist mir das jetzt? Boah, ich bleibe da nicht hin, weil es genau auf dem Bunker ist Ich krieg Punkte, du bleibst dort Ach, ich kann ne Klasse wechseln jetzt Dadurch, oder was? Ach, wie cool Auswählen Ich mach dich jetzt stark Ja Aber dann kann ich nämlich den Ah, ist geblendet Oh geil, wie der mir entgegenfällt Oh, ich hab keine Granaten mehr Du kannst auch in Leute reingucken Ich störe mal den, der Signale Panzer kommt Ich hab n' Warte, Sekunde Ja Oh, er bewegt sich nicht raus, die Sau Was bringt's, wenn ich euch befördere? Du brauchst die Muni, Flupy Ja Warte kurz Bin zu ner Deckung Ich hab den, ich hab den zerstört, den Panzer Panzer ist da Gut, gut gemacht Äh, bei A kämpfen welche oben auf den Ich hab gleich Dings für dich noch Warte Jetzt, warte Es kommt Jetzt Oh Oh, ins Gesicht Ich kann Klasse wechseln, aber nicht Munition kriegst du auch Das ist schon irgendwie geil Dass man denn die Klasse wechseln kann Okay, lass das mal Auf B gehen Weiß ich was mit dir Was mit dir der Server Kluby, willst du befördert werden? Ich charge, ah, doch nicht Sunshine in my ass hat mich daran gehindert Achso, kommt man hier hin Flupy, wieso steilest du auf dem Rohr? Ich mag es, wenn ein Rohr unter mir ist Kannst du die eigentlich im Gebäude auch markieren? Weil das wäre halt extrem geil Dickes Gebäude Oh, himmlisch Guck, ob du da darf Was ein geiler Battlefield-Moment war das grad Tanny, was machst du mit mir? Andauernd krieg ich hier irgendwas Verteidigen Der Quad ist für dich abgeworfen Ernsthaft? Wo? Er steht neben dem Russenzeichen da Äh, bei uns, bei den Russen, war es, das ist noch ein Quad Ich hab euch den Quad abgeworfen Das hilft uns bestimmt ordentlich Das ist das höchste, was ihr bekommen könnt Der Singleplayer ist voll mit Spielern Oh mein Gott, das sind zu viele Das ist geil Oh, es ist heftig hier Oh, shit Aber zum Glück haben wir hier einen Commander Ich kann nichts tun Ja Oh mein Gott, ich hab keine Besonderes Oh, Granat Oh, Gott Könntest du vielleicht mal nichts tun? Oh, ich hasse euch, Alter Ach Warum stöhnt er dabei? Ach Weiß ich nicht Oh, hör auf zu stöhnen, Alter Ernsthaft Das höre ich auch Oh Alter, keine Chance Die decken die Treppe zu B von dem Bunker, äh, daneben Also Ja, ich will jetzt also, eigentlich ist es unmöglich hochzukommen Ja, nee, eigentlich nicht Wenn du mal irgendwie, der Panzer sich bewegen würde Oh, die rennen hoch Jetzt warte, Philipp Oh Okay, ich versuche hinten rum zu gehen und Jo, Achtung, da ist jemand Das wäre vor der Flug, die ich markiere gleich Ja, nee, 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 ist schon tot Alles klar Oh mein Gott Da ist ein Panzer Ja, und ein Sniper oben auf dem Dach Bei dem kleinen Haus, der infiziert sich an Alter, ich sehe schon fast noch keinen Oh, das ist einfach zu viele Wo ist denn unser Team jetzt, meine Fresse, wir haben nur noch ein Ziel Oh, der ist geil geflogen gewesen Ernsthaft? Du bist voll über den Ruhr geflogen, Alter Ja, ich weiß Ja, ist nicht lustig Ich wollte dich eigentlich wiederbeleben, da kam ein Gegner und dann kam die Granate Oh, ich nehme seine Klasse Oh mein Gott, in den Bunker, in den Bunker, in den Bunker Ich kann seine scheiß Klasse nicht nehmen, fuck Ja, super, hier sind wir tot in dem Ding Das war's Nicht aufgeben Oh nein, jetzt hab ich geschossen Ich renn raus Nein Oh, ich bin zu helle Oh, hier, ich kann wechseln Schnell Die Punkte Ja Oh, ich hab ihn getroffen Oh, nur einmal, fuck Belebt dich wieder Oh, nein, nehm die richtige Oh, falsche fucking Taste ausgewählt Kannst du mich nochmal wieder beleben, nee, ne? Ich glaube, ich komme als Pionier rein Bleib, wo du bist Ich bin schon tot Okay, bleib Ich bin vor dir gestorben, aber wir schaffen das nicht Acht Tickets nur noch Och, es ist doch einfach nur lächerlich Ja Ja Aber wir hätten das schaffen können Aha, der Müffet Er hat das in einem ganz anderen Klub, ey, bevor es mein Schaus ist, kriegst du eine Beförderung hier Was bringt mir das? Ey, hier, ich hab vorgekommen Bess ich mich, du fühlst dich cool Move it Lauf mal Rum, rum, rum Wuh Tobi, ich komme Ja, wie scheiße du bist Ich weiß Goal Okay, was ist da unser Weg? Okay, nur noch vier Kann ich mal Das ist besser Ey, jetzt verlieren wir das Wegen dieser scheiß Fucking letzten Position Ernsthaft Ich Ein Kill nur noch Nein Ich wollte der Last Kill Ich hätte den killen können Oh, nee Natürlich warst du es Natürlich warst du es Ich wollte Oh, nee Ich bin gerade hochgegangen, ja? Oh, bitte spiel das Outro ab Ich kann nicht mehr Ich bin gerade Muss ich schon Ich bin gerade Bis zum nächsten Mal.